Ich würde sagen, das war wie ein taumelnder Boxer. Wir haben nur etwas vergessen, den K.O.-Schlag anzusetzen. Und dann, das hat sich gegen diese Mannschaft gerecht. Da sind so ein bisschen die Menschen in uns durchgekommen. Wir haben zu leichtfertig gespielt. Es war nicht so, dass wir jetzt eine Chance nach der anderen zugelassen hätten. Aber bei den Gegentoren haben wir natürlich auch als Mannschaft nicht gut ausgesehen. Ich kann es mir nicht erklären. Wir waren in der ersten Halbzeit eigentlich sehr, sehr dominant. Wir haben zwei Tore geschossen. Wir haben dann natürlich auch ungünstig das 2-1 bekommen. Ich glaube, da haben wir ein bisschen Aufwind bekommen und dann ist es so gelaufen. Wir waren dann noch nicht mehr zwingend genug in der zweiten Halbzeit. Ja, schade drum. Wir haben noch drei Spiele. Wir müssen alle drei gewinnen und dann gehen nach Urlaub mit der kleinen Familie.